Hallo und und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlückung Willowacher 50 und wir gehen soll ich erstes in die Gruppe schreiben oder er macht eigentlich immer in der Schutzzeit achso naja ok ich spiele Minecraft auf Full habe ich gerade gemerkt das darf ich ja gar nicht auf Full also ja also auf Fullscreen richtig naja egal geht schon bisschen hast du jetzt als schwarze Ränder für den Part ich habe es jetzt wieder klein gemacht denkst du das ist jetzt das gleiche ich rate jetzt erstmal in die Gruppe da darfst du nicht raus aus der Wahl er ist scheiße ähm Hashtag äh Hashtag der 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 hoch was ist denn das für eine Folge äh 10 oder oder 11 keine Ahnung voll die Verschwendung von der Zeit jetzt muss ich nachschauen welche Folge warte ich schaue ich schaue ich schaue ne es ist 10 ja ähm 10 so ähm ja 10 ok also ich muss euch auch jetzt erzählen die Leute die bei mir jetzt schauen also es wollen ziemlich viele kämpfen es sind halt sehr viele da die einzeln sind und es sind halt auch sehr viele da die noch in zweier team sind aber ich glaube es sind sogar mehr da oder gibt es mehr einzelne oder mehr teams auf jeden fall ist es halt so dass ja viele kämpfen wollen und die sind halt alle echt viel besser equipped als ich also ihr seht ja selber ich habe einfach ich habe irgendwie 10 stacks koppel damit kann ich dienen aber ich habe keinen einzigen dia und es ist halt also sagen wir mal so ich bin jetzt nicht die beste im pvp aber ich habe halt einen ganz klaren nachteil wenn ich ich mal eine dia sache habe also ein paar wollen halt kämpfen die haben zum beispiel full dia und allein daran erkennt man doch dass ich eigentlich ich glaube mit drei schlägen der hätte mich vor allem ich habe ja nicht mal einen pfeil da kommt es auch noch dazu oh man weil die diamantfolge ist ja heute ich glaube ich finde wieder keine diamanten ich glaube ich werde in diesem projekt irgendwie keine diamanten finden du musst die taktik von gestern machen ja aber ich fahre nach unten bauen ich bin halt gerade in der ähm nach gerade unten gebaut ach man ich weiß gar nicht wo mich gerade hochgegangen bin okay ich habe ich habe einen lava eimer ach ich habe noch wasser einmal ne da fängt es auch schon an oh gott mach dir einen ich bin noch so dumm ich bin noch so dumm ich wollte hochgehen weil ich habe aber 20 Zuckerrohr das ist nicht schlecht ne dafür dass ich ne woher dafür ja ich habe als ich essen gedingst habe da habe ich immer richtig viel gefunden hast du Leder 25 okay das ist gut ja jetzt mach ich mir halt nochmal ein Workbench ich werde alles für dich kommentieren ich höre gerade Lava wir können das eigentlich auch mal mit Skype ausprobieren halt ähm ja aber vielleicht legt es dann zu krass ja das wäre halt die Kacke ja lass doch nachprobieren warum wie ich die Streams weggehebe ja ich höre richtig also es könnte auch sein dass ich einfach die Folge sterbe weil ich glaube über mir ist einfach Lava ich finde die da nichts ich finde die da nichts ich sehe es echt kommen soja ich will gerade bisschen Reo nebenbei ich habe einfach mein teammate und ich ein Schaf getötet okay im Spawn und was ist daran lustig? was ist daran lustig? was ist daran lustig? ja wir sitzen da in einer Klemmung und töten Schaf ach soo vierte Minute wie vierte Minute? ja im Loch waren wir ach so ja es sah halt behindert aus okay nein bestes ist äh ich denke mal es heißt UHF oder es heißt ja UHC genau ähm die Reihe rausbacken eh man sieht es sehr BAN und keine Bäume bitte Tiers komm schon ich brauch nur fünf ne ja nur fünf das mehr brauchst du eigentlich nicht dann würde ich schon vielleicht kämpfen weil da verzaubert das Eisenschwert viele haben mir gesagt ich soll halt auf jeden Fall kein die erschwert man das wollte ich glaube ich eh nicht machen ne ne und muss viele Bücher ja das Problem ist halt einfach ich weiß halt auch nicht ich hab halt auch nicht ich bin grad zurzeit nicht so aktuell mit den Folgen schauen ich häng da noch bis hinterher ich wüsste jetzt auch nicht vielleicht hat jemand eben zaubertisch oben noch kann ihn jemand vielleicht oben einfach mal so stehen lassen also ich bin ich bin ich bin es ist gar nicht so es ist voll geil grad wohl ich dicke Koppelgebe so bei Gott Gott ich glaube ja das ist ein Kampfmann ich glaube hier ist eine Höhle spinnen und oder nicht ein kampf ich will hier nicht alleine sein hier ist ein Wöhler soll ich einfach reingehen ist sie groß? so ein Schluchel ich weiß es nicht hallo suche das erste Mal Höhlen hallo? hallo los ich spartiere da nicht oh ich habe einen Bogen gedamaged geil aber erstmal benutzen jawohl wir haben das geschafft jawohl oh ich habe Angst das sieht voll gruselig aus hier ist Gold Gold Hallo Gold Hallo Gold da ist ein Zornbay hallo Zornbay hallo 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 Spinner hoppala passiert äh hier greift mich irgendwo wo ich nicht weiß wo ein Skelett an aber ich hab so Angst allein ich will das hier nicht allein ich will hier nicht allein sein das macht keinen Spaß ja hoffentlich kommen wir in das andere Projekt noch rollen das ist jeden Tag Aufnahme wir können ja Edmunds dann noch fragen ja stimmt ich mach mal einfach Labels Blöcke das Projekt wird eh bald zu Ende sein Yulowaru 4 ja KokoFund wird gewinnen oder warte KokoFund und Simba bitte ja ja aber er ist so das Vorzeige Menchi Denchi glaube ich oder oder ist er doch oder es gibt immer so ein Vorzeige im Team einer ja bei Faison und Unge ist es Unge ok nein aber es Faison meint das hä also im pvp kill her ja bei Unge ist auch nicht schlecht ja aber nicht besser als Faison echt nicht Faison ist einer der besten deutschen pvp aber sagt es nicht Lizeron 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 oh man ich weiß noch gestern UHC wird mit Lizeron ach ja das müssen wir doch erzählen also Leute oh man also wir waren halt ähm gestern haben wir UHC gespielt und ähm dann gucken wir halt auf den Server und sehen halt so Faison ist drauf genau Faison Faison war drauf das wär schon cool und Lizeron und dann sehen wir so im Chat Lizeron das haben wir dann nochmal geschrieben äh ich hab er hat irgendwann getötet da hab ich geschrieben äh Lizeron weißt du noch wie du war so never forget never forget never forget so da kam keine Antwort mehr von ihm ich glaub ich hab noch geschrieben ich bin noch drinnen ja aber er hat nichts geschrieben ey ich hoffe er hat's aufgenommen und sieht es und sagt das dazu also Lizeron falls du gerade dieses Video schaust hallo schöne grüße hi bitte fokuss uns nicht im nächsten ne der hat schon dann einen auf dem Keksele ne ja er will noch CocoFund bestimmt ja rechen alter der ich hab ja über diese äh Dings ähm was war das Survival Games Runde? hast du die auch gesehen? mit CocoFund ja wo der den angeschrieben hat ja ey soll ich Eisen noch mitnehmen? hoppala ja wie viel hast du denn du? hast du noch für ein Annual? ähm ja ich glaub also ich habe 25 ja das reicht nicht oder? warte äh Mathekünste ähm 9 x 3 x 27 sorry ach 9 x 3 x 27 du brauchst 30 ne ich bin leider nicht in Mathe LK doch bin ich doch bist du du brauchst 31 Eisen Leute ich bin äh 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 ich bin eine Mathe LK merkt euch das ich kann Mathe ich kann Mathe du bist jetzt wieder Physik ja ja damit du es genau weil ich ja da runtergefallen bin du kannst ausrechnen wie weit man runterfällt ohne zu sterben die Geschwindigkeit genau so aber man ich gehe hier voll so komisch rum schlafen ich weiß einfach dass ich wo was ich machen soll aber leider was ist das als ob nein die Creeper gehen immer beim explodieren ich muss echt am Ende ein Best of Creeper machen ja die Auffassung ja du bist ganz von Börsen du bist ganz von Börsen du bist so zumal ich bin doch tot als ich bin mit dem Zorn was wäre so lustig in welchen allerdings läuft man in welchem Spielmodus geht man da nochmal als Zombie rumlaufen wenn man tot ist meistens so ja also die tun glaube ich nicht weh infiziert was ah ja nee oder Left 4 Dead nein ich meine Minecraft Spielmodus oh nein ich bin im Wasser und da kommt uns keine Ahnung ich kenne es so ein Zombie Spielmodus Minecraft keine Ahnung hallo 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 alter ich werde am Ende noch von so einem von so einem Pfeil getötet nicht volles Leben doch doch ich habe immer so Angst vor ich weiß nicht ich alle anderen haben irgendwie meistens Angst vor was weiß ich vor Creepern oder der Skelette ist echt scheiße ja ich habe auch am meisten Angst vor Skeletten weil vor allem gestern UHC der erste Skelett also jetzt glaub Leute es ist also ihr wisst ja noch Tommy ist tot er hat sich einfach hoch gebaut ne psch gestern sagte er dann so ja lass einfach mal hoch bauen ich bau mich hoch und er saß noch so ja bau dich mal vor mich hoch da also er war eigentlich geschützt da neben mich neben mich ja du ich war vor dir das war so das gleiche eigentlich auf jeden Fall wir waren halt oben ein Skelett ich bin unten ich bin tot never forget das war so dumm wir fahren da vor lange wir haben Dias Dias wir haben wir haben echt viele Sachen gefunden ganz schnell wir hatten echt 4 Diamant aber ich dachte da hatten wir mit einem 8er ja oder 8er 8er ja oh mein Gott eine 8er eine Wert okay wird auch eine 2er aber die 8er Ader war nice noch nicht so viel Diamanten gesehen oh Gott Skelett oh Gott Skelett wie brauche ich ihn für ein einmal 31 hm ich glaube jetzt habe ich genug aber weil sie es richtig gerechnet habe was ich hoffe oh mein Gott ich weiß jetzt schon dass ich nicht mehr zurückfinde ich mache einfach mal hier ein ähm Erdblock hin also einfach nach oben bauen hihi pst das machen wir nicht warum nicht wow oh Gott ist das Skelett da ja die Fight gegeneinander lol die zwei Skelette ja ja hör den Zombie auch an lol das machen die manchmal ich glaube wenn man einmal auf die drauf geht und dann ja gut und ich fahr einfach alles in dem bei ab ok ja ok da oh man in so einer Hülle hätten wir starten müssen wo ich grad bin dann wäre alles besser gelaufen ich sag's dir ja wie gesagt wir müssen echt eine Hülle finden beim nächsten Anfang haben wir auch ein OHC das bringt viel mehr oh mein Gott ich habe mich grad irgendwie erschreckt obwohl nichts passiert ist ich wäre fast in Lava gerade das baue ich einfach mal zu oder warte ich mal wieder hier so ein Ding hin dann muss ich noch hin ich werde in 60 Sekunden gekickt ja hier ist es doch schön gekickt zu werden 20 seconds ach ja ja schönes Leben ich will dich ja leid sein ich bin doch da da bist du das ja 6 4 3 2 1 1 die Spielzeit ist zu Ende dann wurdest du gekickt ja so schnell schon ja und hast du jetzt gemacht ähm also ich habe Eisen und ich habe halt eine Höhle gefunden vielleicht finde ich in der doch noch ein paar Dias weil ich glaube es ist besser in der Höhle doch also ich weiß nicht manches also eigentlich ich glaube der Großteil sagt eigentlich dass meinen in der also Stripmine besser ist aber ich glaube im ganzen Vilo Ware Projekt hat keiner durch Stripmine das richtig gefunden oder oder ich glaube ich glaube schon ein paar ach man naja dann bis zur nächsten Folge Vilo Ware 4 bis zu Diamanten Folge naja ja hier kommt schon dir kommt irgendwann kommt sie euch zu Ende ich glaube ich habe als einzigste noch kein Diamanten oder ich weiß es gar nicht und ich glaube schon ja Böhm schickt mich keiner Diamanten ok dann tschüss 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 au revoir au revoir tschüss